So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Gestern war Samstag, gestern war der Lucario Mega Raid Day. Der war richtig krass. Das Wetter war zwar richtig kacke, es hat geregnet die ganze Zeit. Dann hat es wieder mal aufgehört. Pupsi hatte dann keinen Bock mehr. Wir mussten dann die restlichen Raids mit dem Auto abfahren. Aber diesmal war der auch länger, weil du hast schon 14 Pässe, 20 Pässe gehabt mit dem Raid Day Ticket. Danke an NetGhost dafür, dass er mir das Ticket geschenkt hat, ich 20 Pässe hatte. Ich möchte euch kurz die Ausbeute gleich präsentieren. Wie viele Shinies waren dabei in 20 Raids? Was ist das Beste von den IV her aus 20 Raids? Und dann möchte ich natürlich auch ein Mega Lucario entwickeln. Ich habe gestern nämlich keins mehr entwickelt. Gestern war aber auch der Holger da, der meinen PC, den neuen PC extra mal ausgepackt hat, aufgestellt hat, Windows 11 drauf gemacht hat, angeschlossen hat. Thomas hat nachträglich dann bei TeamViewer nochmal drüber geguckt, dass wir das OBS ein bisschen nochmal einrichten. Und das ist jetzt hier die erste Aufnahme am neuen Rechner über OBS, die ich tätige und hoffe, das passt alles. Und wenn das passt und ihr Bock habt, könnten wir am Montag vielleicht sogar probieren, mal wieder Chill mit Ramses zu machen. Sobald jemand reinschreibt, ja, wir wollen Chill mit Ramses, in die Kommentare, dann würde ich sagen, probieren wir das morgen einfach mal aus. Gleichzeitig aber, bevor wir zu Mega Lucario kommen, es ist ja auch noch dieses Stärke des Stahls Events. Und komm, wenn ich jetzt mal hier bin und Sonntag ist und wir Zeit haben, möchte ich auch mal hier die ganzen Sachen abholen, die fertig sind. Es gab nämlich auch wieder drei Sammler-Herausforderungen, wo ihr bestimmte Pokémon fangen musstet. Hier am Ende gibt es 5000 Staub, 100 Mega Xerox-Energie und eine Begegnung mit, ich weiß es gar nicht, mit Xerox, das ist cool. Also, wenn man noch keins hat, könnte man sich jetzt hier eins holen. So, wir wollen ja Zeit sparen, deswegen nimmst du auch mal eine Beere, nimmst du auch mal einen guten Ball, dann wird das einmal jetzt hier gefangen, im Video direkt. Eigentlich müsste ich das ja gar nicht zeigen, weil das ist ja was, was jeder hat und ich wollte nur noch Tickets zeigen, die nicht jeder hat. Aber weil ich heute so gute Laune habe, möchte ich kurz mal alles zeigen. Das ist also das Xerox mit 12, 14, 15 aus meiner Fang-Herausforderung. Dann haben wir hier noch was, Erz allerliebst, auch wieder Sammler-Herausforderung, 5000 Staub, 100 Mega Stahlos-Energie und eine Pokémon-Begegnung, wahrscheinlich dann mit Stahlos. Nehmen wir auch wieder eine silberne Sammler-Beere, werfen einfach mal den Ball drauf. Ja, der ist so ein Riesenkreis, also wer da daneben wirft oder nicht in den Kreis reintrifft, der hat wahrscheinlich, äh... Genau, gucken wir mal hier rein, der hat 15 Angriff, 15, 12 und 13, das sieht auch eigentlich ganz vernünftig aus. Und dann haben wir noch eine dritte Fang-Herausforderung, da gibt es jetzt natürlich ein Stahlos am Ende, aber auch wieder 5000 Staub und Stahlos-Energie, 12, 76. Also der Rechner an sich müsste jetzt auf jeden Fall besser laufen, flüssiger laufen, stabiler laufen. Ich hatte bei den ganzen Programmen, die ich so hatte, immer die Mindestanforderung gerade so erreicht, weil der Rechner war wirklich mega alt. Jetzt bin ich aller 96er, jetzt bin ich irgendwo so im Mittelmaß drin, was heißt, ich müsste auch besser schneiden können, dass es nicht mehr so ruckelt, dass es flüssiger ist, dass es besser ist, dass es auch mehr Spaß macht. Aber ob das wirklich so ist, sehe ich erst dann. Ich hole jetzt hier immer noch das kleine Gesocks ab, hier ist Tarnel drin, da bewertet man jetzt nicht alles einzeln. Dann, da curven wir jetzt kurz, gehen drauf, gehen zurück, holen wir das zweite, da ist Togidemaru, curven, werfen und zurück. Das dritte ist Klick, curven, werfen und zurück. Schnellfang-Trick nennt man sowas, Panzer Aeron, also wirklich eine schöne, bunte Auswahl. Es ist zwar alles grau, aber bunte Auswahl ist auf jeden Fall am Start. Nein, weil ich nicht gleich gecurved und geworfen habe, hat er jetzt hier sich gewehrt. Jetzt haben wir 10.000 Erfahrungspunkte noch und ein Magnetmodul, am Ende hier ein Gladiantri drin. Wir wollen die trotzdem aber bewerten, wenn wir jetzt hier mit durch sind. Gehen wir jetzt mal kurz hier rein, auf zuletzt gefangen, die hat man, bewerten die sechs Stück auch mal. Tarnel hat auch 15 Angriff, Togidemaru gab es da jetzt neu als Shiny. Klick sieht immer cool aus, Panzer Aeron, GBL, Flunkhiefer. Da versuche ich gerade ein paar Bonbons zu erlaufen, um meinen Mega-Entwicklungs-Flunkhiefer ein bisschen zu pushen. Weil ich da, ich habe da eins erlöst, in 100% oder so, und da versuche ich die immer hochzuziehen. 666 WP, sieht auch gut aus, ist klar, die André hat auch 96 EV. Jetzt sind wir mit denen hier fertig, damit wir auch unseren Stempel abholen. Und gucken, ob wir vielleicht sogar einen Shiny-Togidemaru hier drin haben. Holen wir da mal kurz noch hier drei Aufgaben ab. Ah, da ist schon wieder Tarnel drin. Okay, und dann hier als letztes noch Klick. Weil die jetzt natürlich wieder aus den Aufgaben sind, muss man die jetzt auch wieder bewerten. Vielleicht ist hier ja noch was Gutes dabei. Zumindest 2x15 Angriff. So, wie viel haben wir jetzt gestern gemacht? Was haben wir überhaupt gemacht? Jetzt muss ich mal kurz auf XXS drücken. Da ist nichts Neues dabei. XXL, da ist nichts Neues dabei. 4 Sternchen, da ist kein Lucario drin. So, wenn wir aber auf Lucario gehen, machen wir mal so sortiert. Da habt ihr von den Kleinsten zu den Größten. Obwohl, warte mal, eigentlich müssen wir nach Funddatum gehen. Wir gehen nach Funddatum und gucken dann, mit welchem wir angefangen haben. Ich habe nämlich damals mir ein paar auch schon rüber tauschen lassen mit einem recht guten Level, dass ich damit was machen kann. Die sind aber alle jetzt nicht so toll von den EV. Guck dir das an, das ist direkt vielleicht Level 40. Das ist vom Samyang-Account auf Level 40 gepusht, rüber getauscht, weil ich das cool fand am Anfang des Accounts. Aber mittlerweile willst du was Besseres. Dann haben wir hier auch eins. Das ist noch ein bisschen besser. Ja, okay, das war mal Lucky. Das sieht ganz gut aus. Aber ich möchte doch gern wirklich wenigstens was mit 15 Angriff, was ich dann zu einer Mega-Entwicklung mache. So, das ist aber alles alter Tobak hier. NetGhost habe ich mir mal hier reingeschrieben. Warum habe ich mir NetGhost hier reingeschrieben? Und dann ein Sternchen dran. Ich glaube, das ist das Beste, was ich hatte, weil es ein 96er ist mit 15 Angriff. 14, 14 dann. Das fand ich gut. Habe ich gedacht, selbst wenn ich am Raid-Day nichts kriege, würde ich das nehmen und würde das hochziehen, entwickeln. Woher sind die denn hier? Gefangen im Mega-Raid am 27.07. Das war doch trotzdem auch von gestern, oder? Verstehe ich nicht. Und das? Gefangen im Raid am 1.5. Müssen wir jetzt mal gucken. 2.5. 27.07. So. Das ist das Erste, was wir gestern im Mega-Raid hatten. Zwei Sterne. Dann haben wir hier noch eins mit drei Sternen. Das sieht schon gut aus. 15, 24. Aber keine 15 Angriff. 14, 90 haben wir hier noch dabei. 14, 97. Dann haben wir hier. Das sieht cool aus. 15, 29. 20, mit 14, 14, 14. Könnte man denken, das ist stark. Okay. 15, 1 nimmt wieder ab. 14, 98 nimmt ab. Genau. 1, 5. Mit einer Treppe gebildet. Dann gab es das Erste Shiny. Wer den Stream nachverfolgt hat, der hat ja sowieso alles mitgekriegt. Wir haben circa zwei Stunden gestreamt auf YouTube. Das könnt ihr nachträglich euch auch angucken. Zwischendurch lagen die Nerven blank. Streit. Stress. Pure Ekstase. Blödes Wetter. Also das ist live. Da wird hier nicht familienfreundliche, kindliche Unterhaltung geboten, sondern der Abschaum rennt da rum und tut sich gegenseitig verprügeln. So ungefähr kommt das dann immer rüber. Das ist auf jeden Fall also ein Shiny, was wir bekommen haben. Okay. Alles unter 15. Na ja. Na ja. Na ja. Dann gab es das zweite Shiny hier mit 14, 90. 99. Mit 12, 12, 12. Ist das... Ja gut, ist ja kein Lucky Trade. Also sonst wäre es ja 10, 10, 10. Dann wäre es das Mindest. Hier mal eins mit 15 Angriff. Okay. Hier ist ein 98er mit 19, 23. Hat sogar Wetterboost. Jetzt müsstet ihr natürlich sagen, ah, nehm lieber doch das 98er statt das 6er 90er. Das kommt doch auf mehr wie P. Aber mir gefällt sowas nicht. Ein 98er mit 14 ist für mich uninteressant, wenn ich ein 96er mit 15 Angriff habe. Da würde ich lieber das andere nehmen. Ansonsten war es dann schon vorbei. War also gar nicht so viel drin. Ich würde also wahrscheinlich unseren NetGhost hier nehmen und den jetzt erstmal gemütlich auf Level 40 ziehen. Ohne Bedenken auf Level 40 ziehen. Müsste ja gehen. Haben wir jetzt 2687. Das sieht gut aus. Und wir führen auch jetzt die Megaentwicklung mal durch, damit wir den mal sehen, wie der aussieht. Und ich habe ja genügend Megaenergie jetzt gemacht. Ich glaube, ich werde auch noch einfach... Ich werde noch einen Shiny nehmen. Ich werde einen Shiny auch noch auf Level 40 vielleicht pushen. Hochziehen ein bisschen. Jetzt haben wir den hier da. Das sieht gut aus. NetGhost 79. Der kriegt jetzt hier den Tag ab. Nein, nicht den Shiny Tag. Der kriegt den Mega-Tag ab. So, Mega-Tag ist da. Ich weiß halt nicht, ob ich diese 117 XL Bonbons da drauf packe. Stell dir mal vor, du tauscht jetzt die nächsten Tage immer mal vielleicht was und kriegst einen 100er da. Dann muss ja das 100er da auch hochgezogen werden. Obwohl, warte mal, wenn ich einen 100er kriege, dann brauche ich ja nicht nur XL, dann brauche ich ja auch normale Bonbons. Also warte. Ich nehme jetzt einfach hier noch einen Shiny. 14,90, 14,92. Ich ziehe das nicht hoch. Das Shiny ist ja nur, damit es gut aussieht. Also da werde ich jetzt nichts dran pushen. Das hat zwei Sterne. Das hat zwei Sterne. Das hat mehr Angriff. Dafür hat es weniger KP. Aber pfff. Ja, ich werde schon das mit 14,92 nehmen und werde hier jetzt auch einfach die Mega-Entwicklung durchführen. Dann habe ich trotzdem Bonbons übrig, falls mal doch ein 100er noch kommt durch den Tausch. Und ich habe die XL noch übrig, weil ob der jetzt 40 ist oder 43 oder so, ist jetzt nicht der große Unterschied. Trotzdem sieht er ja cool aus. Auch, dass er hier nicht nur einfach so gelb ist. Auch diese roten Schuhe, diese roten Hände, diese roten Zipfel, die er da hinten dran hat. Also das passt schon. Das passt schon so. Das war mein Lucario, Mega-Lucario-Raid-Day. Ich habe jetzt hier 41 gesehen, 40 gefangen und einen bei Glücks stehen. Wie sieht es bei euch aus? Hattet ihr Spaß? Habt ihr den Mega-Lucario-Raid-Day gespielt? Wie viele Shinies habt ihr bekommen? Wie viele Raids habt ihr gemacht? Und was ist euer Bestes? Danke an NetGhost nochmal für das Ticket. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.